Hey, es ist Rania und wir schauen heute ein weiteres Video von meiner animierten Geschichte und zwar, ich muss alle 5 Minuten duschen. Das klingt nach einer wilden Story. Ich bin super ready. Let's go! Falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, ist es hier oben beim i-verlinken. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es gerne, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Tut mir leid, das kam eine Weile, denn ich hatte Corona und ich muss die ganze Zeit husten, aber jetzt ist wieder alles besser. Let's go! Hallo zusammen, mein Name ist Judah und ich lebe in Seoul, Südkorea. Ich war erst 4 Jahre alt, als ich merkte, dass mit meiner Mutter etwas nicht stimmte. Die anderen Kinder umarmen und wissen ihre Eltern immer. Warum können wir das nicht tun, Mama? Nenn mich nicht so. Sie drehte sich um, um wegzugehen und ich musste es tun. Ich rannte zu ihr und umarmte sie ganz fest. Mach einfach so, Mami. Es ist ganz einfach. Sie rannte buchstäblich von mir weg. Sie wollte nicht wirklich etwas mit mir zu tun haben. Sie benutzte Dienstmädchen, Butler und Geld, um mich mein ganzes Leben lang von ihr fernzuhalten. Hm, das ist nicht so great. Zuerst dachte ich, dass etwas mit mir nicht stimmt. Aber meine Cousine Harry war da ganz anderer Meinung. Judah, du bist meine beste Freundin auf der ganzen Welt, denn du bist perfekt. Deine Mutter ist einfach der Teufel. Ich war so neidisch. Harrys Eltern waren unglaublich. Obwohl sie sehr... Ist sie sich sicher, dass sie ihre Eltern sind? Ich sag nur, die blonden Haare sind verdächtig. Ne, aber klingt auf jeden Fall sehr uncool von der Mom. Ich frag mich, was da los ist. Sehr gut. Sehr gut. Eines Tages rief Harry mich an und erzählte mir eine tolle Neuigkeit. Die Firma meines Vaters ist über Nacht explodiert. Wir werden endlich reich sein. Das ist fantastisch. Noch besser ist, dass ich mir ein Zuflige geleistet habe. Weißt du noch nicht, was es mit den Duschen zu tun hat? Sie scheint jetzt auch erwachsen zu sein und hat nicht ihr Leben lang alle fünf Minuten geduscht. Ich weiß nicht, wann hier der große Surprise-Tost-Quist kommt. Frag die Hexe, ob ich bei dir übernachten kann. Ich ging raus, um mit Mama zu reden. Aber sie saß dort mit ein paar fremden Männern. Judah, da bist du ja. Komm und lerne den Jungen kennen, mit dem ich dich verkuppeln will. Du willst was? Er besitzt Diamantenminen. Diamanten. Du kannst mit ihm ausgehen und nach dem Koloss heiraten. Die Mutter ist richtig nervig. Was heißt denn vor allem? Das sind zwei Leute und den einen, den will sie offensichtlich nicht als verkuppelten Freund. Also, sehe ich schon. Sie in mein Leben einzumischen. Harry hat recht. Du bist eine Hexe. Ihre Gäste lachten und sie wurde ganz rot. Du undankbare, kleine... Geh auf dein Zimmer. Ich ging in mein Zimmer. Ich rief sofort Harry an und wir schmiedeten meinen ersten und besten bösen Plan. Okay. Ich halte es nicht mehr aus. Böse Plan. Jetzt, wo deine Eltern reich sind... Ist der erste böse Plan, ich laufe von zu Hause weg? Kann ich gleich in ihr wohnen? Wenn sie Nein sagen, verstecke ich dich in meinem Zimmer. Komm hierher. Zum Glück waren Tante und Onkel von der Idee begeistert und nahmen mich mit offenen Armen auf. Das ist so lieb. Sie sagten nicht einmal meiner Mutter etwas und ich konnte ohne Drama fliehen. Endlich war ich weg von meiner... Ich habe das Gefühl, da willst du auch einfach nicht leben. Die Mutter scheint jetzt auch nicht so in Wessel zu sein, dass sie da wohnt. Also kannst du schon einfach ausziehen und zu deiner Tante und deinem Onkel gehen, oder nicht? Verrückten Mutter. Und das Beste daran, ich würde bei meiner besten Freundin wohnen. Harry und ich hüpften und schrieen buchstäblich die ganze erste Nacht... Das ist schön. Das ist natürlich eine große Freude. ...hohlte mich die Realität allerdings ein. Ich war in einem neuen Land. Ich kannte die Sprache nicht. Und ich würde auf eine neue Schule gehen. Oh mein Gott. Was ist, wenn mich alle hassen? Was, wenn sie denken, dass ich komisch aussehe? Das werden sie nicht. Ich werde alles für dich übersetzen. Und ich mache dir die Haare und das Make-up. Sie machte mir ein Make-up zum Üben und ich fing an zu weinen. Sie hat mir buchstäblich das Gesicht angemalt und meine Haut mit Klebeband nach hinten gezogen. Sie hat sogar meine Augen mit Klebeband angeklebt, damit ich eine Falte hatte. Siehst du? Jetzt müssen wir noch deine Haare blond färben, so wie ich. Und du passt genau rein. Uff, das sieht rough aus. Das sah doch voll viel besser aus. Um mich selbst zu sein und mich zu lieben. Ich muss mich in meiner eigenen Haut wohlfühlen. Dankeschön. Und wie sich herausstellte, war ich mehr als okay. Als ich an meinem ersten Schultag in die Schule kam, hielt mich ein Junge auf. Wow. Ich habe noch nie ein Mädchen wie dich gesehen. Du bist so schön. Er denkt, du bist hübsch. Pink hat. Dann ging der Junge auf die Knie und bat mich um ein Date. Okay. Er bittet um ein Date. Aber du bist doch gerade erst gekommen. Du musst dir nicht den erstbesten Typen aussuchen. Wir rannten weg, bevor wir vor Aufregung schrien. Ja, ich habe das Gefühl, also wenn jemand auf dich zukommt, fünf Sekunden nachdem du in der Schule bist, du bist das hübscheste Mädchen, was ich je gesehen habe. Wirkt halt, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kannst du ja erst mal kennenlernen. Er weiß ja nichts über dich. Ich habe das Gefühl, du willst ja auch irgendwo, dass Leute dich nett finden und nicht nur, dass sie dich hübsch finden. So wurde ich noch nie um ein Date gebeten. Der erste Tag war schon lustig, aber nur, weil Harry an meiner Seite war. Das ist cute, dass die Freunde sind. Es war plötzlich alles unmöglich. Ich verstand kein Wort, das jemand sagte. Ein Junge wollte mich vor einer Spinne auf meinem Händ warnen. Und ich habe es kapiert, als er auf mein Gesicht krabbelte. Eww. Ich wusste nicht einmal, wie ich die Lehrerin fragen soll, ob ich auf die Toilette gehen darf. Ich ging einfach schweigend aus der Klasse und sie fing an, mich anzuschreien. Ich war den Tränen nah, bevor jemand sagte, dass ich sie nicht verstehen kann. Eines Tages sprach Harry für die Cheerleader-Truppe vor. Also ging ich mit ihr zur Unterstützung hin. Wir tanzten zusammen für das Training, als plötzlich die Cheerleader auf uns zukamen. Wow! Du bist eine tolle Tänzerin! Wie versteht sie denn irgendwelche Sachen, die in der Schule beigebracht werden, wenn du wirklich kein Wort verstehst und du nicht mehr weißt, wie du sagst, du willst aufs Klo gehen? Wer bist du? Harry stellte mich vor und das Mädchen fragte mich, ob ich dem Cheer-Squad beitreten wolle. Aber was ist mit dem Vortanzen? Das ist nicht nötig. Wir mögen Judah. Sag ihr, sie soll bei uns mitmachen. Natürlich lehnte ich sofort ab. Ich wollte Harry nicht ihren Platz wegschnappen. Sie tat so, als würde sie sich nicht darum kümmern. Aber ich weiß, dass sie es störte. Zu Hause gaben sich Tante und Onkel viel zu viel Mühe, nett zu mir zu sein. Sie stellten mir endlose Fragen und kauften mir immer wieder übertriebene Geschenke. Das ist cute. Mein Onkel hat mir sogar ein Auto gekauft. Ihr habt Judah vor mir ein Auto geschenkt? Aber ist okay, die sind ja... Die sind ja weich. Können wir auch ein Auto schenken, Süße? Ihr hättet zuerst an mich denken sollen. Harry stürmte davon und schloss mich in ihrem Zimmer. Okay, das sehe ich auch irgendwo. Ich habe das Gefühl, du willst ja nicht einfach... Also klar, es ist ja eine Freundin, aber du willst ja trotzdem gut behandelt werden von deinen eigenen Eltern. Ich musste hier etwa 50 Entschuldigungsbriefe unter der Tür durchschieben, damit... Gut, es ist aber auch nicht ihre Schuld, dass sie ein Auto kriegt. Also, alles ein bisschen problematisch hier. Sie haben nur Mitleid mit mir, weil meine Mutter so schrecklich ist. Komm schon, reg dich nicht auf. Sie kam zu sich und ich dachte, es würde besser werden. Bis eines Tages Derek, der süßeste Typ der Schule, beim Mittagessen auf mich zukam. Mein Gott. Ich bin so verknallt in Derek. Hast du ihm das gesagt? Das letzte Mal, als wir in der Klasse waren, habe ich etwas angedeutet. Vielleicht fragt er mich endlich nach einem Date. Wir quietschten vor Freude, bis er in Hörweite war. Maybe. Dann ging Derek direkt an Harry vorbei und stellte sich mir vor. Wow. Du bist wirklich süß. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Bist du neu? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Die geht jetzt schon seit ein paar Monaten auf die Schule. Die hat sogar ein Auto. Ich hatte keine Ahnung, was er sagte. Aber Harry wurde weiß wie ein Gespenst. Derek fing an, noch mehr Dinge zu sagen, die ich nie verstanden habe. Tut shot. Und zersadet. Toher. Do you even live? Verstand. Und dann tätschelte er mir einfach auf den Kopf und ging. Was war das? Ah ja. Also wenn du auch gar kein Englisch kannst. Was ich unwahrscheinlich finde, weil die Leute in Korea, glaube ich, auch Englisch lernen. Wenn du gar kein Englisch kannst, dann willst du aber auch nicht mit jemandem zusammen sein, der nur Englisch spricht und gar kein Koreanisch. Also wie willst du dich denn verständigen? Ich habe das Gefühl, dann hast du auch einfach nicht so great times. Dann sitzt du die ganze Zeit gegenüber voneinander und schweigst dich an. Oh wow, das ist unglaublich. Ich bin aufgesprungen, aber Harry hat sich mir nicht angeschlossen. Im Gegenteil, die benahmen sich so seltsam. Es ist auch eine weirte Lüge. Warum würde Harry jetzt hier sagen, oh, der hat mich nach einem Date gefragt, wenn er obviously das andere Mädel gefragt hat. Du kriegst ja nicht automatisch ein Date, nur weil du lügst. Du kannst ja nicht einfach statt ihr dann da hingehen und sagen, hoppala, da hast du dich jetzt hier wohl missverständlich ausgedrückt eigentlich. Dachte ich, du meinst mich. Und die ist dann einfach nicht da. Also es ist auch einfach weird. Gewinnt halt keiner. Sie begann, allein vor der Schule nach Hause zu laufen. Als sie sich mit Derek verabredete, erzählte sie irgendeinem Mädchen in der Schule davon, aber nicht mir. Ich habe mich in das Gespräch eingemischt und sie weggezogen. Was ist los? Aber sie spricht Koreanisch. Also hier Blondie spricht Koreanisch. Sonst könnten die sich ja nicht unterhalten. Aber sie wohnt in Amerika. Meine Frage ist mir, I don't know, ich verstehe gar nichts. Wie ist sie denn jetzt an das Date reingekommen? Das macht gar nicht keinen Sinn. Warum ignorierst du mich? Warum können wir nicht einfach unsere eigenen Leben führen? Harry, du bist meine beste Freundin. Ich will mit dir Zeit verbringen, damit ich weiter deine Übersetzerin sein kann. Ich liebe dich, Judah. Aber ich brauche jetzt Abstand von dir. Lass mich einfach in Ruhe. Okay, ich brauche dich sowieso nicht. Du wirst schon sehen. Ich meldete mich zu einem Online-Englisch-Kurs an und begann, ein Übersetzungsbuch überall hin mitzunehmen. Okay. Ich wollte diese Sprache lernen und Harry auf Englisch anschreien, weil sie so bescheuert ist. Das ist der einzige Grund, warum du die Sprache lernen willst. Nicht, damit du vielleicht in der Schule was lernen kannst. Warum gehst du überhaupt in die Schule, wenn du kein Wort verstehst? Es macht überhaupt keinen Sinn. Lern doch einfach erst mal die Sprache und geht dann in die Schule. Es ist einfach... Inherently macht alles keinen Sinn. Und der einzige Grund, warum sie die Sprache lernt, ist, damit sie ihre Freundin anschreien kann. Ich wurde schnell besser. Englisch war gar nicht so schwer, wie es aussah. Ich konnte mich sogar schon ganz gut alleine verständigen und fand ein paar Freunde. Okay, let's go! Eines Tages waren wir in der Cafeteria, als Derek auf mich zukam. Er hatte Blumen in den Händen und sein Freund aus der Band spielte auf einer Flöte. Was zur... Judah, ich weiß, dass du damals nicht mit mir ausgehen wolltest, aber ich kann nicht aufhören, an dich zu denken. Gibst du mir noch eine Chance? Was? Redest du denn da? Du wolltest mit mir ausgehen? Ich habe dich an dem Tag gefragt. Erinnerst du dich? Harry sagte, du wolltest nicht gehen. Also ist sie stattdessen zu unserem Date gekommen. Sie ist... was? Sie ist stattdessen... Es ist so... Ich frage mich ja, wie das Gespräch stattfindet. Ich meine, du kannst ja nicht zwei Leute da haben. Und ich so... Ja, also sie hat keinen Bock, aber kein Ding. Ich gehe mit dir. Ich starte Harry mit offenem Mund an. Sie hatte bereits Tränen in den Augen. Okay, gut. Derek hat dich eingeladen. Nicht mich. Zufrieden? Ich war eifersüchtig, also habe ich gelogen und bin mit ihm ausgegangen. Ist das dein Ernst? Bist du ein Freak? Was ist nur los mit dir? Hey, sprich nicht so mit ihr. Wir haben unser Date wegen dieser erbärmlichen Verliererin verpasst. Wie verzweifelt kann man eigentlich sein? Ich drehte durch und sprang nach vorne... Der Dude ist auch einfach kacke. Ich habe alle. Okay. Gut gemacht. Er ist auch einfach nicht cool. Ich meine, warum hält er eine Blockflöte? Habt ihr das gesehen? Hier. Kurze Frage. Welcher coole Dude läuft in der Schule rum mit einer Blockflöte? In der Highschool? Hm? Das ist kein cooles Gimmick. Niemand mag die Blockflöte. Meistens macht die Blockflöte Lärm. Ich hatte den größten Streit aller Zeiten zu Hause. Ich würde niemals mit jemandem ausgehen, in dem du verknallt bist. Wie kannst du wegen eines dummen Jungen so gemein zu mir sein? Es geht nicht um den Jungen. Seitdem du hier bist, reißt du alles an dich. Meine Freunde, die Cheerleader, den Typen, den ich mag. Du bekommst alles. Sogar meine eigenen Eltern mögen dich lieber als mich. Harry, sagst du etwas nicht? Ihr seid wie Schwestern. Wir sind Cousinen. Ich bin eure Tochter. Aber ihr wollt nur mit Judah reden und ihr verrückte Geschenke kaufen, während ich nie so behandelt wurde. Wir versuchen nur, die Fehler der Vergangenheit wieder gut zu machen. Ja, das ist echt so. In diesem Moment verriet uns meine Tante ihr dunkles Geheimnis. Oh, okay. Und ich waren zweieige Zwillinge. Sie waren mein... What? What do you mean zweieige Zwillinge? Meine Eltern? Ich saß schockiert da, während meine Tante mir erklärte, wie arm sie waren, als wir geboren wurden. Und dass sie mich an ihre reiche Schwester weggegeben muss. Sie haben eine abgegeben und die andere nicht? Warum habt ihr Harry behalten? Warum nicht mich? Du hattest als Baby viele medizinische Probleme. Wir konnten direkt... Okay. ...nommen nicht bezahlen. Ich dachte, meine Schwester würde sich besser um dich kümmern. Okay, das sehe ich irgendwo. Aber dann gib doch trotzdem beide weg. ...die mich nicht will. Dabei stellt sich heraus, dass ich drei Eltern habe und keiner von ihnen wollte mich. Judah, so ist es nicht. Ich stand auf und rannte in mein Zimmer. Was für ein... Unter Tränen fing ich an... Was für ein Murks, gell? Judah, nein. Bitte geh nicht weg. Es tut mir so leid. Ich meine, ich sehe das mit den medizinischen Problemen, right? Dass man da jemanden will, der sich um deine Tochter kümmert. Und wenn es die eigene Schwester ist, schätze ich mal, ist es auch besser. Aber wenn du doch mitkriegst, über Jahre, dass sie sich richtig, richtig kacke nur kümmert um dich, dann sag doch, hey, weißt du was? Wir nehmen die wieder zurück und sagen dir die Wahrheit. Also auch als Kleinkind. Wir haben dir einen Monster zurückgelassen. Also irgendwann hat sie doch Geld. ...jahre gewartet, um mir die Wahrheit zu sagen. Tu nicht so, als ob es dich interessiert. Ich stürmte hinaus und schaute nicht einmal zurück. Okay. Ich war fertig damit, meiner Familie zu vertrauen. Mein Herz war gebrochen. Ich verkaufte das Auto, das mein Onkel mir geschenkt hatte und mietete von dem Geld eine Wohnung. Ich fand einen Job und konzentrierte mich auf mein Studium. Mein Herz versteinerte. Und als Harry hundertmal versuchte, sich bei mir zu entschuldigen, sie scheidete immer wieder. Ich bin nicht mehr, besonders in den besonderen Momenten meines Lebens. Als ich an der Uni meiner Wahl angenommen wurde. Ich meine, gut, das blonde Mädchen kann nicht wirklich was dafür. Ich habe das Gefühl, mit der hast du dich ja eigentlich so halb wieder vertragen. Ich habe das Gefühl, den muss ich ja auch nicht so wirklich entschuldigen. Mit Millionen von Followern. Sie war nur eine DM entfernt. Aber ich fühlte mich zu schuldig, weil ich mich nie früher bei ihr gemeldet hatte. Mein Mann und ich waren in unseren Flitterwochen in einem Nationalpark wandern. Als plötzlich ein verrückter Sturm über uns einbrach. Und ich von der Wandergruppe getrennt wurde. What? Ich schrie, bis ich heiser wurde, aber niemand hörte mich. Ich lief und lief, bis ich bemerkte, dass ich mich nur... Okay, aber eine weitere Frage. Und ich bin ganz ehrlich hier. Wir sind jetzt 10 Minuten 37 in dem Video. Wir haben hier noch zwei Minuten. Ich muss alle fünf Minuten duschen, ist der Titel. Und das Wort Dusche. Und noch nicht einmal. Ich habe das voll vergessen. Noch nicht einmal wollen wir das erwähnen. What? Ich werde nicht aufgeben. Du kannst mich nicht haben. Ich werde dich aufgeben, weil du kannst mich nicht haben. Das ist klar, das geht hilfreich. Oh, ist noch ein weirder Plattwist. Ich habe das Gefühl, die haben mich hier ein bisschen abgehängt zwischendurch. Auf einmal ist sie verheiratet und geht auf diese große Exkursion. Und ihre Cousine hat... Ist hier super berühmt und Millionen an Followern. Und die ist jetzt... Was macht sie denn? Sie ist alleine und ist jetzt hier im Wald in irgendeinem Sturm abwandengekommen. Gott sei Dank. Also, macht irgendwie... Wisst ihr, die Story macht für mich keinen Sinn mehr. Ich versuche, die Schreie auf mich zu rannte. War Harry. Das gibt's doch nicht. Harry? Tschüssi. Ich habe dich gefunden. Ich habe dich gefunden. Harry und ich umarmten uns so fest, dass wir auf den Boden fielen. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Oh Gott sei Dank. Was machst du hier? Wer hätte dich denn sonst finden sollen? Meine Follower arbeiten viel schneller als die Polizei. Ich brach in Tränen aus und umarmte meine Schwester ganz fest. Harry, ich weiß nicht, was ich ohne dich getan hätte. Vor allem, ich habe das Gefühl, wenn du lernst, du bist Zwillinge, dann willst du doch auch Zeit verbringen. Es wird mir so leid. Wage es nicht, dich bei mir zu entschuldigen. Du warst diejenige, die mit der Hexe zurückgelassen wurde. Ich war alles, was du hattest und ich war so schrecklich zu dir. Lass uns einfach alles, was passiert ist, vergessen. Heute hast du mich gerettet und dafür werde ich dich für immer lieben. Okay. Es ist ja schön. Das freut mich auch für sie. Die Frage, wie sich sie mir stellt, ist halt, warum musst du alle fünf Minuten duschen? Okay, jetzt die Mutter wieder da, große Versöhnung. Es macht ja irgendwo Sinn, aber ich frage mich halt, warum. Also, hier, ich denke mir das nicht aus. Was sie nicht versorgen und nicht leisten konnte, hätte ich. Du hast dein Bestes getan, Mama. Das weiß ich jetzt. Welche Richtung? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, Mama. Oh mein Gott. Meine Mutter umarmte mich erneut und mein Vater kam sekundlich länger dazu. Es ist einfach bizarr für mich. Wir weinten und lachten zusammen und meine Familie war endlich wieder beisammen. Alles klar, das war's über diesem Video. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch, da wer den Titel irreführend fandet. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, weil same. Bin ein bisschen verwirrt, hab gedacht, das geht in eine andere Richtung. Aber gut, wenn ihr's noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, verpasst ihr nämlich keine neuen Videos und dann sehen wir uns im nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!